Kuckuck, Rock ist fertig. Ich drehe mich mal langsam. Kleinen Schlitz, ich liebe Schlitze, mit passenden Punscher dazu. Schönes Lochmuster eingearbeitet. Richtig schön kuschelige Wolle, das ist so ein Mohair-Garn. Und jetzt, meine Haare, egal, habe ich noch von dem was und in Kombi mit dem und dann passend zum Rock. Finde ich ganz schön. Verbraucht habe ich in dem Punschu 400 Gramm von, wie heißt denn das Garn? Scholler und Stahl und 420 für den Punschu. So, und für den Rock nicht ganze 120 Gramm. Okay, so, jetzt schnell wieder aus dem Zeug, denn das ist schön warm. Aber hier ist es gar nicht so warm, unter 20 Grad. Deswegen ging das auch mit der Stricknadel. Okay, meine Lieben, ich sage dann Tschüss und gar nicht so lange, dann habe ich wieder was fertig. Bitte, eure Bärbel. Tschüss.